Hier ein junger Mann, wie heißt du? I? Taifun. Ajo, hoffen wir, dass heute nicht vorbeikommt. Taifun. Türke, ne? Wie alt bist du? Zehn. Das Programm ist ab zwölf. Ist die Mutter da? Ach, das ist deine Mutter. Ja, die kenn ich. Taifun. Kommst du aus Mannheim? Kommst du aus Mannheim? Oh, sieh. Weil sie Kinder sagt da jetzt nix, ne? Wenn du erwachsen wirst, mach ein Fettisch. Brühl, schön. Ich war mal schon, ich bin ja 16 Jahre schon auf Tour. Seifun, 16 Jahre. Ich war mal Brühl auch schon öfter. So vor elf Jahren war ich auch mal. Wie gesagt, die Mutter kenn ich. Es ist ... Die Mutter, die Mutter, die ist ... Die Mutter veräckert.